Dieser B-Klasse begrüße ich das A mit der Startnummer 46, Rebekka Stahl und Nikolai Schleifert von der Hoffnung Rommel-Boss. 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 Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Herzlich willkommen, Nicolai aus Bruns. Er wird sich gegenseitig angefeuert. Schauen wir mal, wer von euch deutsche Meister der Winklasse ist. Herzlichen Glückwunsch an Ekaterina und Elia und natürlich auch an Rebecca Stahl und Nicolai Schneikert. Wir werden euch gleich dann nochmal zur Siegerinnung wiedersehen. Herzlichen Glückwunsch an der Deutschen Meister der Winklasse 2017. Schön, ich weiß, das ist voll schön. Da ist die Aufregung groß an der Telebühne. Ja, ja. Ja, und jetzt kommen wir zur Königsklasse, nämlich der A-Klasse.